Ich werde mal für... Haben wir jetzt eigentlich genug Bandagen? Also ich habe 42 Bandagen, das reicht. Ich habe 7. Dann können wir doch noch mal einen kurzen Ausflug machen zum Sandplaneten, zur Wüste. Von mir aus. Okay. Alter, weißt du, ich war doch schon im Beamstrahl, der hat mich trotzdem noch mit 33 getroffen. So, also ich musste da nicht hoch. So, ich muss jetzt mal wieder lernen. Die Saat kommt hier rein. Was haben wir denn da alles noch? Leren, ich dachte lernen. Tomaten. Diese komische Spritze. Das ist wieder schwierig. Das ist wieder schwer. Also ich mein, der Server läuft zwar derzeit anscheinend, jetzt hakt es aber. Ah, richtig doll. Hey, wir sind da. Juhuuu. War mir schon mal eine Idee. Nee. Mh. Moin. Ich bin noch nirgends. Ich bin noch ein bisschen in die Erde. Ich hab deine Leuchten schon gesehen. Alter, lass mich in Ruhe. Da kommt nämlich, ähm... Gut, ich wollte gerade sagen, jetzt muss ja erstmal wieder geklärt sein, welche Tiere hier böse sind und welche lieb, aber sind böse. Na, da kommt er nicht mehr rein, an diesen kleinen Stückchen, ne? Na, komm, ich mach dir mal probieren, wenn's ruft, da... Du machst die Oberflächenerkundungstour, oder was? Hm? Du machst die Oberflächenerkundungstour? Ja, ein bisschen. Wenn es sich ergibt, so wie jetzt Kohle abzubauen, dann nehme ich die natürlich mit. Hm, 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 hm. Oh, hm, 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 hm. Hm, hm, hm. Aber, da hängt mal wieder ganz... ganz stark. Mhm. Auch beim Sandfall hier. Oh, was ist das denn? Ach, die schreibe mir unten rein, es leckt. Ich vermute mal weiter, ob ein offizieller ist. Oh, ich hab ein Dorf gefunden. Das ist aber schnell. Oh, die verkauft Essen. Da brauch ich jetzt nichts. Alter Schwede. Alter, spring doch. Junge. Das ist schon lustig, wie sich alles entdeckt. Bis überhaupt nichts. Super, das ist ja die Matrix hier. Ja. Guten Tag. Ey, der hat auch Waffen. Uh, geil. Ich bin erstmal für Rohstoffe. Ja. Ja. Oh nein. Es gibt nicht mehr was für die Monster. Oh, ist hier meine schönen Augen da. Krabbe. Hühnerstall. So. Kohle. So. 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 Gold. hmm hmm 4. 4. 5. 4. 5. 5. 6. 7. Ich bin jetzt ziemlich tief unten. Und hier ist wohl auch so eine Art... Ach, guck mal einer an. Wie böse hab ich da? So, wo bin ich da von hier? Komm hin hin. Was machst du denn? Ich räume gerade das Dorf leer. Soweit es in meinem Möglichen steht, ohne dass ich hier angegriffen werde. Ich muss mal kurz gucken, wer war da bestimmt noch? Genau. Oh. Okay. Genau das wollte ich eigentlich meinen. Wenn du irgendwo zu mir kommen solltest, dann müssen wir da aufpassen. Da gibt's ein ziemlich tiefes Loch. Du bist noch richtig weit entfernt von mir. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Nein. Oh Gott. Oh Gott. Also bei mir ist jetzt ruhig. es wird nacht und ein strom zieht auf so ich liege bequem in einem bett und warte die nacht an mein Camino wird kochen hier ich müsste mal ganz kurz ne Bandage nehmen hast du dich in die tiefe gebuddelt oder was ich habe hier noch einen Spezialtag habe ich noch nicht gewusst Junge, 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 da geht es ziemlich weit hinab da holen wir ja auch schöner bitte oh oh ja 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 sehr schön so Rohstoffe äH ja butterfly